Jo Leute was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon am Titel erkennt könnt, war ich am Kudamm mit Jamie und war bei einem Dönerladen von dem einen TikToker. Leute, das Profil ist jetzt hier eingeblendet. Leute, das war bisher der leckerste Döner, den ich in meinem Leben gegessen habe. Wirklich. Für 6 Euro diese Qualität. Ich übertreibe jetzt nicht, aber so normale Dönerläden, wo sie so 7-8 Euro nehmen. Bei ihm ist die Qualität vom Döner so, bei ihm so. Ganz weit hier oben. Und das für 6 Euro. Also Leute, ich finde das geisteskrank. Döner mit Liebe. Er macht das halt wirklich mit Stolz. Und ja, ich war sehr fasziniert, wie er das gemacht hat. Auch wenn es ein Kollege für ihn gemacht hat. Aber ja, wenn euch das Video schon gefällt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen und unterstützen. Auf dem Weg zu den 1200 Abonnenten. Und Leute, ich bin so stolz, dass ich die 1000 Abos geknackt habe. Und ja, achso, übrigens, was ich noch sagen wollte, das mit dem Creator Code kann sich noch bis April nächstes Jahr verzögern. Weil, äh, ich bin noch keine 18. Und, ja, dadurch, ihr müsst mir, ja, ähm, ich hab da minimal einen kleinen Fehler gemacht. Ihr müsstet vielleicht eventuell meinen Zweitkanal abonnieren. Leute, ballert man da auch 1000 Abos voll, weil dann wird mit dem YouTube-Kanal, äh, wird dann der Creator Code erstellt. Ja, ich hab halt einen kleinen Fehler gemacht. Ich wusste nicht, dass es ab jetzt ab 18 ist, weil vorher war es ab 13 irgendwas. Aber na gut, äh, ich würde sagen, ich leibere nicht so lange drumherum. Abonnieren, Glocke aktivieren, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, let's go, rein ins Video. Oh, shit. Ja, Leute. Ja, gleich. Oh, shit. Und wenn du weißt? Stark. Was ist die Farbe? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann die Hände selber machen. Ah, das ist schlecht. Ja. Ist das? Hab ich? Ah. Ja. Jamie. Ja? Kriegst du dein Döner, Alter? Schön. Was ist das? Ja, da hat alles. Digga, ist einfach leicht. Stark. Dann bestell ich mir jetzt auch noch einen. Das später mach ich jetzt los. Alter, ich bin zu dem Center. Oh mein Gott, nein. Ach so, ja, okay. Wie Ademásira? Ich bin so in Induragazaf. Ich habe eine Entschechung. Ich habe nicht die, die, die. Ich habe keine Angst, nicht die. Was ist das mit der Niveau an? Wie soll ich das mit dem Menschen sagen? Ich hab die sie in Induragazaf. Das heißt, es geht nichts.. 2,23 Entschuldigung, welche Nummer hast du denn? 2,23 Soße Ist doch egal, ich hab doch schon gestellt Ich behalte es, ne? Ich behalte es, das ist sehr wertig Machen sie das Ja Digga, gefühlte ich bringe Videos auf meinen Youtube-Kanal, wie ich fressen gehe Okay Ich war einmal bei KFC Ich war einmal bei KFC Mit dir Mit dir Schön Schön Wir haben mit dir und Mekkes mit Lukas Schön Und jetzt noch mal Dünner lassen Boah, die Leute auch Ich schwöre, das Schön Oh Hey, kommst du eigentlich mal wieder hin? Schön So, what? Das ist gut am Wetter Boah Digga, lauf halt in meine Kamera, du Du bist gut am Wetter 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 Zwiebel Was? 2,23 Ja Soße Zalas bitte All das Alles gut Raus auf Wohlkohl Da Ja Geht Das ist gut am Wetter Das ist gut am Wetter Ich bin in den Wetter Wurst, die sind für uns. Moin, Achtung. Wurst, alle Leute, die sind für uns. Waaah! Waaah! Strahl! Danke schön! Danke schön! Tschüss! Strahl! Wie? Nichts, ich kann? Komm komm. Begit! Warte! 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 und wer mitmacht. Klar. Du willst dich sagen, genau. Mach's da hinten. Stramm, Digga. Ein bisschen verschworen? Ja, so. Oder? Ehe, Mann. Dankeschön für deinen Platz und deine Galeriehabe. Bei mir auch? Was? Bei mir auch? Ja, ich möchte auch. Warte, ich mach extra so auf Ehren. Ja, das ist toll. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Okay, Leute, das war's vom Video gewesen. Seid ihr in den Show, falls euch das gefallen wäre, lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, auf den Weg zu den 1200 Abonnenten. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, hau da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.